Ja, liebe Freunde des SV Darmstadt 98, hier stehen wir wieder auf den Trainingsplätzen am Stadion am Böllnfalltor nach einem 0-4-Debakel am Montagabend beim VfL Osnabrück. Anders kann man es nicht ausdrücken. Wir waren in der Mischung aus Sprachlosigkeit und irgendwie auch Fassungslosigkeit, was da passiert ist am Montagabend. Die Lilien waren komplett chancenlos beim Aufsteiger, bei einem sehr starken Aufsteiger beim VfL Osnabrück, das muss man schon sagen. Aber die Mannschaft hat auch komplett neben sich gestanden und hat dieses 0-4, das geht auch in der Höhe, völlig verdient in Ordnung. Das Gute daran, wenn man überhaupt was Positives daraus ziehen kann, ist, niemand hat versucht, die Sache schön zu reden. Jeder hat zugegeben, das war einfach überhaupt nichts. Fabian Holland hat dabei die deutlichsten Worte wohlgefunden. Der Mannschaftskapitän hat mehrfach das Wort mit sch gebraucht und hat dann unter anderem gesagt, es wäre auch die Systemumstellung der zweiten Halbzeit, dass die Lilien plötzlich mit fünf Verteidigern spielten. Drei Innenverteidiger war auch nicht besser. Er hat gesagt, naja, wenn du halt scheiße spielst, dann ist es auch egal, mit welcher Formation du spielst. Er hat sich da selber auch nicht ausgenommen. Also es war einfach ein völlig gebrauchter Tag. Ich mag dieses Wort nicht, aber in dem Fall trifft es einfach mal zu. Es war einfach kein guter Abend des SV Darmstadt 98 und das 0-4 geht völlig in Ordnung. Bei, wie gesagt, einem sehr, sehr starken Gegner, aber das kann keine Ausrede sein. Das war nicht der SV Darmstadt 98, den wir hier kennen, den wir hier sehen wollen. Das haben alle gesagt, das hat Fabian Holland gesagt, das hat Dimitrios Gramotzis, der Trainer, auch irgendwie gesagt, als er sagte, es gibt solche Tage, wo einfach mal gar nichts funktioniert. Und gestern Abend war so einer. Das Gute ist, am Freitagabend geht schon weiter. 18.30 Uhr und zwar dann hier am Böllnfalldor gegen Dynamo Dresden. Da hat man vor der Saison, als die Spiele angesetzt wurden, ein bisschen irritiert geguckt. Montagsabends in Osnabrück, Freitagsabends gegen Dresden. Nur vier Tage Zeit. Jetzt ist man der Meinung, besser hätte es eigentlich nicht kommen können, denn man hat jetzt die Zeit tatsächlich wenig Zeit, aber das wieder gut zu machen am Freitagabend. Das ist das große Ziel des SV Darmstadt 98, das große Ziel aller Spieler, hier sofort wieder zu zeigen, was den SV Darmstadt 98 ausmacht. Die knapp 450 Fans, die gestern in Osnabrück waren, die sind so recht völlig frustriert nach Hause gefahren. Auch die haben es natürlich verdient, hier wieder besseren Fußball zu sehen am Freitagabend. Wie genau das Spiel angegangen wird, das werden wir die Tage jetzt erfahren. Wie gesagt, heute ist auslaufen. Die Spieler, die gestern dabei waren in Osnabrück, die fahren Fahrrad oder joggen. Die Ersatzspieler stehen auf dem Feld. Am Mittwoch und Donnerstag ist dann nicht öffentlich. Freitagabend dann 18.30 Uhr das Training. Dimitrios Gramotzis hat gestern nochmal gesagt, man braucht sich keine Sorgen machen um den SV Darmstadt 98. Das war das erste Spiel, wo er seit er Trainer ist hier. Das war im März, als er gekommen ist. Was so richtig schlecht war, er verspricht uns, das wird nicht mehr vorkommen. Das glauben wir jetzt einfach mal gerne und hoffen es drauf. Und wie gesagt, wenn am Freitagabend ein 2-0 gegen Dresden dasteht, dann ist eh alles wieder gut und dann sind wir alle wieder beruhigt. Dann haben wir Osnabrück vergessen. Vergessen sollten wir es jetzt nicht. Als Mahnung sollten wir es immer nehmen. Aber wie gesagt, hoffen, dass es am Freitagabend dann besser wird. Insofern alles Gute. Bis die Tage. Macht's gut. Tschüss.